Kapitel 3 Wie hat sich das westliche Weltbild aus der Renaissance entwickelt? Als Folge der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen haben die Westeuropäer während der Renaissance auch ihre Werte und Vorstellungen über das Leben auf dieser Erde geändert. Die Menschen wurden offen für neue Ideen über Religion, Identität und Zugehörigkeit. Auch der Fokus auf Forschung nahm zu. Das heutige westliche Weltbild, von dem zum größten Teil auch das kanadische Weltbild stammt, war dem am Ende der Renaissance sehr ähnlich. In diesem Kapitel wirst du anhand der gesammelten Informationen folgende Fragen beantworten. Wie sind neue religiöse Ansichten ein Teil des westlichen Weltbildes geworden? Wie haben sich Ideen der nationalen Identität und der Staatsangehörigkeit während der Renaissance entwickelt? Wie ist der Forschungsdrang zu einem Teil des westlichen Weltbildes geworden? Wie hat das Zeitalter der Erforschung angefangen? Wie hat das Zeitalter der Erforschung zum Imperialismus geführt? Wie hat der Warenaustausch die Welt verändert? Wie hat der Imperialismus das europäische Weltbild verändert? Fokus auf Forschung Wie können Gedanken und Gefühle eine Forschungsarbeit beeinflussen? Untersuchung zum Thema Weltbild Für viele Menschen aus anderen Ländern ist Kanada zur Heimat geworden. Denk über eine Familie von Neuankömmlingen nach. Welche Sprache sprechen sie? Was weißt du über das Land, aus dem sie gekommen sind und von dem Weltbild, das sie mitgebracht haben? Wie muss das für eine Immigrantenfamilie sein, wenn sie versucht, sich in die kanadische Gesellschaft einzugliedern? Was müssten sie über unsere Gesellschaft wissen, um in Kanada erfolgreich zu sein? Wie würdest du das pluralistische Weltbild Kanadas beschreiben? Wie haben die First Nations, Metis und Inuit bestimmt, wer die Kanadier sind? Was würdest du über das politische und wirtschaftliche System sagen? Was sind kanadische Vorstellungen darüber, wie wir uns als Bürger zu verhalten haben? Was schätzen wir an unseren gesellschaftlichen Systemen? Wie würdest du die Kultur beschreiben? Die Kanadier sind so vielfältig, dass man die Gesellschaft auf unterschiedlichste Weise beschreiben kann. Denk an die verschiedenen Weltbildmodelle. Wie haben Geografie, Kontakt zu anderen Menschen, sowie Ideen und Kenntnisse unser Weltbild geprägt? Diskutiert am runden Tisch und versucht, das Leben in Kanada für einen neuen Einwanderer zu Samenzhofassen. Ihr müsst entscheiden, wie ihr eure Informationen zeigt. Eine Broschüre, ein Poster, Mind-Map-Gedächtniskarte oder etwas anderes. Ihr könnt auch das Kreismodell benutzen, wie rechts im Bild zu sehen ist, um eure Informationen zu organisieren, ergänzt dabei jeden Kreis mit Details. Diese Nachforschung soll dir helfen, über das westliche Weltbild, wie wir es hier in Kanada erleben, nachzudenken. Während du liest, denk darüber nach, wie Ideen und Ereignisse aus der Renaissance zu unserem Weltbild beigetragen haben. Diskussion am runden Tisch Diese Gruppenarbeit am runden Tisch gibt jedem aus der Klasse die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Und so wird es gemacht. Setzt euch in einen Kreis. Jeder von euch denkt ein paar Minuten über das Thema und spezifische Fragen nach. Der Reihe nach sagt ihr dann eure Meinung oder stellt eure Idee vor. Wenn ein Schüler zu diesem Zeitpunkt nichts sagen möchte, kommt der nächste dran. Jeder kommt dran. Schreibt ein paar Notizen auf, aber konzentriert euch immer auf die Diskussion. Pluralistisch Eine Gesellschaft, in der die Minderheiten ihre unterschiedlichen kulturellen Traditionen bewahren. Wie sind neue religiöse Ansichten ein Teil des westlichen Weltbildes geworden? Gegen Ende des 16. Jahrhundert breiteten sich der Humanismus und die Ideen der Renaissance von Italien allmählich auch nach West- und Nordeuropa aus. Obwohl sich die Renaissance im restlichen Teil Europas später als in Italien bemerkbar machte, war die Wirkung genauso signifikant. Während sich die Ideen der Renaissance über die Grenzen Italiens ausbreiteten, wurden sie umgeändert und adaptiert und reflektierten somit die jeweiligen Gesellschaften. In dieser Zeit gab es im westlichen Weltbild zwei religiöse Ansichten, der einen zufolge, sollte jeder Mensch die Regeln, Rituale und Lehren der römisch-katholischen Kirche befolgen, der anderen nach sollte jeder einzelne die Bibel in Frage stellen und Antworten suchen. Humanisten und ihre Anhänger stellten das Verhalten mancher Päpste und Pfarrer in Frage. Sie bezweifelten auch, ob es nötig sei, die Lehren der Kirche fraglos zu befolgen. Viele verlangten Reformen, wollten sich aber nicht von der römisch-katholischen Kirche trennen. Der Wunsch nach Reformen und einem Wandel innerhalb der Kirche stellte die Grundlage für die protestantische Reformation dar. Den Anfang bildete eine Bewegung, die nur einen Wandel innerhalb der Kirche sehen wollte, von einer Trennung war keine Rede. Anfangs existierte kein Verlangen, eine neue Kirche zu gründen. Später jedoch kam es zu einer Spaltung zwischen den Christen, die zu religiösen Kriegen führte. Die neuen religiösen Ideen formten jetzt die Grundlage für den Protestantismus. Die Erfindung der Druckerpresse war ein wichtiger Faktor während der Reformation, weil Flugblätter und Traktate, die auf eine Kirchenreform drängten, leichter hergestellt und verteilt werden konnten. Nach der Erfindung der Druckerpresse wurde die Bibel in die verschiedenen Dialekte übersetzt. Das bedeutete, dass mehr Menschen sie jetzt in ihrer Muttersprache lesen konnten. Da immer mehr Menschen gebildet waren, brauchte man den Klerus immer weniger zum Interpretieren der Bibel. Die Druckerpresse führte dazu, dass mehr Menschen lesen und schreiben lernten, und Ideen, auch solche des Humanismus, sich schneller verbreiten konnten. Die protestantische Reformation, eine Bewegung aus dem 16. Jahrhundert, die die Glaubenslehren und Praktiken der römisch-katholischen Kirche reformieren wollte und zur Gründung der protestantischen Kirchen führte. Die Muttersprache, die Sprache eines Menschen, die er von Geburt an kennt. Gebildet, lese- und schreibkündig Kurzbiografie Martin Luther Martin Luther, 1483 bis 1546, ein deutscher Pfarrer und Professor an der Universität von Wittenberg, war einer der wichtigsten Reformatoren. Er wollte manche Praktiken der römisch-katholischen Kirche reformieren. Luther glaubte, dass Es nicht genug sei, nur die Ritualien der Kirche zu befolgen, um in den Himmel zu kommen. Jeder Einzelne nach einem persönlichen religiösen Verständnis streben sollte. Man für die Vergebung der Sünden nichts an die Kirche zahlen sollte. Manche Gelehrte unterstützten Luthers Ideen, weil sie die humanistische Überzeugung von der Bedeutung des Individuums vertraten. Auch die deutschen Prinzen und Mitglieder der neuen Kaufmannsschicht waren mit Luthers Forderungen nach Reformen einverstanden. Sie unterstützten ihn hauptsächlich aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, da sie auf ihren Gebieten nach Mehrmacht strebten. Die Idee einer religiösen Reform verbreitete sich in ganz Deutschland. Die Forderung nach einer Kirchenreform, auf Deutsch gedruckt, weckte sogar ein Identitätsgefühl und einen Nationalstolz in den Deutschen. Dieses Gefühl, zu einer Nation und zu einem Staat zu gehören, wurde ein wichtiger Teil des europäischen Weltbilds. 1517 fing Luther an, öffentlich gegen die Lehren und Praktiken der Kirche zu protestieren. Er verfasste 95 Thesen, die seiner Meinung nach notwendig waren. Weil sie nicht zu den Regeln und Überzeugungen der römisch-katholischen Kirche passten, erklärte der damalige Papst, Leo L. L. L., 41 der Thesen für Ketzerisch. Luthers Bücher wurden in Rom öffentlich verbrannt. 1521 wurde Luther aus der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert. Aus Protest gründete er eine Kirche, der viele Deutsche beitraten. Weil sie gegen die Praktiken der römisch-katholischen Kirche protestierten, wurden sie auch Protestanten genannt. Diese protestantische Bewegung breitete sich in ganz Westeuropa aus. Für Luther, andere Reformatoren und viele Christen bedeutete diese Bewegung mehr Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten innerhalb des Christentums. Persönliche Freiheit und eigene Wahl, wie auch Religionsfreiheit, waren wichtige Werte des westlichen Weltbildes. Ab 1521 musste Martin Luther im Untergrund leben. Dieses Porträt wurde von seinem Freund Lukas Krenach gemalt. Die Protestanten, Mitglieder der westlichen christlichen Kirchen, die nicht römisch-katholisch sind. Viele deutsche Länder im Süden blieben überzeugt katholisch und nahmen nicht an der protestantisch, in Bewegung teil. Ich frage mich, warum hat die römisch-katholische Kirche Martin Luther exkommuniziert? Am 17. April 1521 wurde Martin Luther vor der Obrigkeit der römisch-katholischen Kirche verhört und zum Widerruf aufgefordert. Religiöse Reform Ein religiöser Wandel fand in ganz Westeuropa statt. Religion wurde individueller und führte einerseits zur Gründung neuer Kirchen, andererseits zu Reformen in der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche nahm ihre eigenen Praktiken unter die Lupe und nahm Veränderungen vor, um das Benehmen der Geistlichen zu regeln und um den christlichen Grundsätzen wirklich treu zu bleiben. John Knox Statue, St. Giles Cathedral, Edinburgh, Schottland John Knox, 15051572, war der Anführer des protestantischen Aufstands in Schottland. Knox gründete sogenannte Presbiterien oder Gemeinderäte, um die Kirche zu leiten. Dieser Wandel in der Kirchenstruktur und Hierarchie leitete die presbiterianische Kirche ein. Heinrich V. L. 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 mit seiner Familie, 1570-1575 Heinrich der V. L. 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 strebte erstens nach dem Grundbesitz der Kirche von England und zweitens nach einer Annullierung seiner Ehe mit Kessrin von Aragon. Diese Bestrebungen entfachten die Reformation in England und führten zur Gründung der anglikanischen Kirche. Das Bild zeigt Heinrich V. L. 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 zu seiner Rechten sein Sohn Edward V. L. und zu seiner Linken Edwards Mutter, Jane Seymour. Seymour war bereits verstorben, als dieses Bild gemalt wurde. Jungfrau des katholischen Königs und der Königinnen, spanische Schule, 1490 Die römisch-katholische Religion war die Staatsreligion und die spanische Monarchie erlaubte keine anderen Religionen. Königin Isabelle und König Ferdinand führten die Inquisition wieder ein, ein religiöses Gericht, das die Ketzer und Ungläubigen ausfindig machen sollte. Tausende Juden und Muslime wurden verfolgt und aus dem Land vertrieben. Ketzer und Ungläubige landeten oft im Gefängnis, wurden gefoltert oder umgebracht. Das Hugenottenkreuz Französische Humanisten interessierten sich für die Werke Luthers, manche verließen die römisch-katholische Kirche und bildeten eine protestantische Gruppe, die Hugenotten. Eine Serie von religiösen Kriegen zwischen Katholiken und Hugenotten dauerte fast 40 Jahre. Die römisch-katholische Kirche unterstützte die Verfolgung und Massaker der Dissidenten. Am Ende gewährte Frankreich den Protestanten 1598 die Religionsfreiheit. Johannes Calvin, 1509 bis 1564, führte eine strenge Art von Protestantismus ein. Nur was in der Bibel stand dürfte geglaubt und ausgeübt werden. Er glaubte, dass die Menschen nach einem strengen Sittenkodex leben sollten und dass Kirche und Staat nicht getrennt werden sollten. Die protestantische Reformation ist ein gutes Beispiel für den schnellen Ideenaustausch in Europa, von Deutschland nach Frankreich, in die Schweiz und in den nördlichen Teil der britischen Inseln. Die Anführer der Reformation haben durch Reisen, diplomatische Beziehungen und mit Hilfe von gedrucktem Material ihre Ideen untereinander ausgetauscht. Die Feindseligkeiten zwischen den Katholiken und den Protestanten in Westeuropa wurden oft für politische Zwecke ausgenutzt. Herrscher appellierten an die Überzeugungen der Menschen, um sie für ihre politischen Zwecke zu gewinnen. Während der späten Renaissance haben sich katholische und protestantische Länder oft bekämpft, weil die politischen Führer die religiösen Vorstellungen der Bürger ausnutzten, um ihre politische Macht auszubauen. Zu Beginn der Renaissance gab es für die meisten Europäer einen gemeinsamen Glauben, den römisch-katholischen und eine gemeinsame Sprache, die lateinische. Am Ende der Renaissance gab es in Europa ein Mischmasch verschiedener Konfessionen. Die unterschiedlichen religiösen Bekenntnisse haben die Menschen gespalten und sie veranlasst, unterschiedlichen Herrschern zu folgen. Der Kampf für religiöse Freiheit hat ein Gefühl der Solidarität und einer gemeinsamen Identität in dem Volk entfacht, das später die Gründung von Ländern begünstigt hat. Reflektiere und beantworte Erster heutzutage schätzt das westliche Weltbild das Persönlichkeitsrecht und die Meinungsfreiheit. Während der Renaissance war es ungewohnt, dass Menschen mit unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen in einem Land wohnten. In der pluralistischen Gesellschaft Kanadas leben heute viele andersglöbige Menschen friedlich nebeneinander. A. Wie ist das möglich? B. Führt das nicht zu Schwierigkeiten oder Problemen? C. Sammelt Ideen und erklärt inwieweit diese Situation die kanadische Gesellschaft bereichert. Zweiter wählt ein Thema aus und besprecht es. A. Warum kam es in Westeuropa zu einer religiösen Reformbewegung? B. Wie hat die Druckerpresse eine religiöse Reform ermöglicht? C. Wenn ein Bürger die Gesellschaftsstrukturen in Frage stellt, was bedeutet das für das westliche Weltbild von heute? D. Wie haben Luthers Taten und Überzeugungen bewiesen, dass ein einzelner Mensch einen Wandel einleiten und Weltbilder umgestalten kann? Wie haben sich Ideen der nationalen Identität und der Staatsangehörigkeit während der Renaissance entwickelt? Wenn du heute eine politische Weltkarte anschaust, wie würdest du die großen Gebiete auf den Kontinenten bezeichnen? Du würdest sie höchstwahrscheinlich Länder oder Nationen nennen. Der Begriff Nation hat sich in der Renaissance entwickelt und wurde ein Teil unserer Weltansicht, unseres westlichen Weltbildes. Gegen Ende der Renaissance schlossen sich kleinere politische Einheiten zusammen, um einen größeren Staat zu bilden. Es gibt mehrere Gründe, warum sich diese Staaten später zu Ländern entwickelten. Gesellschaften wurden städtischer, die Macht wechselte vom Land in die Stadt. Die Monarchen unterstützten das Städtewachstum, indem sie Handelsgesetzte verbesserten und Handelsschranken aufhoben. Im Gegenzug versprachen ihnen die Städte Loyalität und mehr Reichtum. Bürger entwickelten neue Identitäten. Sie konnten gleichzeitig zu einem Land und auch zu ihrem Heimatort gehören. Sie waren sich ihrer gemeinsamen Sprache, Religion und Lebensauffassung bewusst. Das Schießpulver aus China beeinflusste die Kriegsführung zwischen den Monarchen und den Adligen, die feudalen Grundbesitz hatten. Die Monarchen benutzten Steuergelder, um Schießpulver zu kaufen und Söldner anzuhören und so die Adligen zu bezwingen. Die Könige übernahmen schließlich den Besitz der Adligen und bildeten zunehmend größere Staaten. Durch die Erfindung der Druckerpresse und die Benutzung von Dialekten entwickelten sich nationale Identitäten. Bücher wurden geschrieben, in denen die Menschen eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Helden fanden. Die Erforschung neuer Gebiete führte zu einem wachsenden nationalen Identitätsgefühl. In den Bürgern erwachte eine Art kollektiver Stolz auf diese neuen Entdeckungen. Entdeckung führte oft zur Gründung von Kolonien, die dem Gründerland Ansehen und Reichtum bescherten. Nicht nur ein einzelner Faktor führte zur Entstehung der Länder. Einzelne Staaten entstanden, weil all die oben genannten Faktoren etwa zur gleichen Zeit in Europa stattfanden, als Folge einer veränderten Denkweise durch die Renaissance. Die Nation, eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Herkunft, Geschichte und Sprache, die sich in einem Gebiet niederlässt und meistens einen Staat gründet. Der Söldner, jemand, der seine Dienste gegen Bezahlung anbietet, besonders im Militär. Gleiche Zeit, anderer Ort Entstehung von Nationen, 19. Jahrhundert Obwohl es schon Ende der Renaissance Ansätze für die Entstehung von Nationen gab, haben sich eigentliche Nationalstaaten erst im 1819 j. h. entwickelt. Italien Im Mittelalter und größtenteils auch in der Renaissance gab es auf der Halbinsel, heute Italien genannt, eine Anzahl unabhängiger Stadtstaaten. Sie vereinigten sich erst 1861 zum Königreich Italien. Die Provinz Venezia, zu der auch Venedig gehört, schloss sich 1866 an. Mit dem Anschluss Roms 1870 wurde das heutige Italien gegründet. Deutschland Bis 1870 gab es auch in Deutschland keine Vereinigte Nation. Früher gab es auf diesem Gebiet eine Reihe unabhängiger Staaten, jeder mit seiner eigenen Geschichte, Mundart, Kultur und religiösen Vorstellungen. Die größten davon waren Preußen und Österreich, die sich um die Herrschaft stritten. Als Otto von Bismarck Ministerpräsident von Preußen wurde, bemühte er sich, die kleinen Staaten zu vereinigen. Der Deutsch-Französische Krieg hatte viele davon überzeugt, sich mit Preußen zu vereinigen, um ein deutsches Reich zu gründen. Kanada Französische Händler, Forscher und frühe Siedler gab es in Kanada schon seit Anfang des 16. Jahrhundert. Im nächsten Jahrhundert kamen die Engländer. Um die Mitte des 19. Jahrhundert war der größte Teil vom heutigen Süd-Ontario, Québec und den Siebprovinzen von Europäern besiedelt. Um sich vor den expandierenden Vereinigten Staaten zu schützen und auch um selber über ihre politische und wirtschaftliche Zukunft zu bestimmen, schlossen sich die einzelnen Kolonien zu einem neuen Land, Kanada, zusammen. Veränderungen in den europäischen Gesellschaften zeigen veränderte Weltbilder Nachdem die Menschen nicht mehr auf einem Feudalgut, sondern in einem Land oder in einem Staat lebten, änderte sich allmählich auch ihr Weltbild über die sozialen Systeme, die politischen und wirtschaftlichen Systeme und die Kultur. Soziale Systeme Menschen fühlten sich mehr und mehr als Bürger eines Landes und waren bereit, den Monarchen ihre Treue zu schwören. Die Entdeckung neuer Länder weckte Gefühle von Optimismus und der unendlichen Möglichkeiten, die die Welt zu bieten hatte. Diese Vorstellungen gehörten jetzt auch zum europäischen Weltbild. Bürger konnten sich leichter aus ihrem Stand befreien, trotzdem blieb die Leibeigenschaft in manchen Teilen Europas noch jahrhundertelang bestehen. Zentralregierungen fingen an, öffentliche Dienstleistungen zu bieten. Ihr Wachstum und ihre Macht ließen die Staaten in einen Wettstreit mit der Autorität der Kirche geraten. Politische und wirtschaftliche Systeme Herrscher standen an der Spitze einer starken zentralen Regierung. Sie hatten große Macht, die aber durch das Gewohnheitsrecht und die notwendige Unterstützung ihrer Adligen eingeschränkt wurde. Im 17. Jahrhundert begannen die Monarchen ihre Regierungen zu zentralisieren und klar definierte Linien für die Behörden aufzustellen. Richtlinien wurden festgesetzt, um politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu gewährleisten. Dauerhafte Armeen wurden gegründet und mit Hilfe von Steuergeldern bezahlt. Mittel wurden für große und wichtige Projekte, ZB-Kriege oder Forschungsreisen bereitgestellt. Zentrale Gesetze und Regeln wurden für das ganze Land vom König und seinem Hof festgelegt. Grundsätze für die Volkswirtschaft, wie ZB-Handels- und Steuerregeln, kontrollierten den Handel und die Wirtschaft. Kultur Eine gemeinsame Landessprache vereinte die Bürger. Viele Menschen der Mittel- und Oberschicht lernten Lesen und Schreiben und konnten Werke in ihrer Muttersprache lesen. Sie wurden sich ihrer eigenen Geschichte besser bewusst. Religiöse Schriften wurden in der Mundart veröffentlicht, was auch zu einem steigenden nationalen Identitätsgefühl beitrug. Aus verschiedenen Dialekten wurde eine einzige einheitliche Sprache gewählt und diese wurde zur Landessprache. Ein wichtiger Bestandteil jeder Landessprache bildete eine gemeinsame Kultur. Sprache und Kultur Die Frankofonen, eine der zwei Gründernationen Kanadas, sind sich der wichtigen Rolle, die die französische Sprache spielt, wenn es um das Überleben ihrer Identität, ihrer Kultur und ihres Weltbildes geht bewusst. In der kanadischen Verfassung ist das Sprachrecht, für Englisch und Französisch, und das Bildungsrecht, auch wenn sie die Minderheit darstellen, fest verankert. Französische Schulen und Kommunen findet man überall in Kanada. Die Sprachen der First Nations, Metis und Inuit werden in Schulen des ganzen Landes mithilfe von verschiedenen Programmen neu belebt. Sie verstehen, dass etliche Begriffe aus einer Kultur sich einfach nicht übersetzen lassen. Um ihre Kultur zu bewahren, müssen sie ihre Sprache pflegen. Viele Albertaner glauben, dass eine Vielfalt von Sprachen von kulturellem und wirtschaftlichem Vorteil ist. Auch die Regierung glaubt, dass die Kenntnis von mehreren Sprachen wertvoll ist und unterstützt deshalb Sprachprogramme in allen Provinzen. Die Schulbehörden aus Alberta haben in folgenden Sprachen Programme entwickelt. Arabisch, Blackfoot, Kree, Deutsch, Hebräisch, Japanisch, Mandarin, Punjab, Russisch, Spanisch und Ukrainisch. Reflektiere und beantworte 1. A Wie würde die Gründung von Ländern das Weltbild der jeweiligen Gesellschaft beeinflussen? b Wie lassen sich die sozialen Systeme Kanadas mit denen der europäischen Staaten aus der Renaissance vergleichen? c Was sagen die Sprachregeln Kanadas und Albertas über unser Weltbild aus? 2. Untersuche Wie viele Sprachen in deiner Klasse oder in deiner Schule gesprochen oder unterrichtet werden. Befrage so viele Schüler wie nur möglich. Schreibe jetzt auf, wie viele Sprachen gesprochen und unterrichtet werden. Stelle deine Ergebnisse grafisch dar. Sind deine Ergebnisse stellvertretend für alle Sprachen aus Alberta? Aus Kanada? Wie ist der Forschungsdrang zu einem Teil des westlichen Weltbildes geworden? Die Europäer hatten bereits vor der Renaissance über viele Tausende von Jahren weit über ihre Grenzen hinaus Handel betrieben. Während der Zeit der griechischen und römischen Reiche wurden die Handelsrouten über Land ausgebaut, sodass exotische Güter von weit entfernten Gesellschaften nach Europa gelangen konnten. Im Mittelalter weiteten die Stadtstaaten Genua und Venedig ihre Handelsgebiete in das östliche Mittelmeer und das Schwarze Meer aus. Von den islamischen und asiatischen Zivilisationen importierten sie Luxusartikel für die europäischen Verbraucher aus der reichen Mittel- und Oberschicht. Der Handel wurde immer profitabler. Während der Renaissance wurden die italienischen Stadtstaaten immer mächtiger und reicher. Sowohl Regierungen als auch Händler waren bemüht, ihre Kontrolle über den Handel im Mittelmeerraum zu vergrößern. Im restlichen Europa zerfiel das Feudalsystem und größere Einheitsstaaten kamen unter die Kontrolle von Monarchen, die sich auch am Handel mit dem Osten bereichern wollten. Dieser Wettkampf spornte die Suche nach neuen Handelsrouten an. Begünstigt durch neue geografische Kenntnisse und Segeltechniken rückte das Zeitalter der Erforschung, manchmal auch das Zeitalter der Entdeckung genannt, immer näher. Das Zeitalter der Erforschung begann im 15. Jahrhundert während der Renaissance und reichte bis ins 17. Jahrhundert. Das Verlangen der Europäer, ihren Einfluss auch auf andere Gebiete der Erde auszuüben, wurde zu einem wichtigen Teil ihres Weltbildes. Durch die europäische Expansionspolitik verbreitete sich das westliche Weltbild auf allen Kontinenten der Erde. Die Expansionspolitik, eine Politik, die territoriale oder wirtschaftliche Expansion in andere Länder verfolgt, oft gewaltsam. Neue Handelsrouten müssen her Jahrhundertelang haben die Europäer die Seidenstraße benutzt, um mit dem Osten zu handeln. Der Handel war jedoch eingeschränkt und konnte die Nachfrage nach Gütern nicht decken. Die Art, wie Handel getrieben wurde, änderte sich auch. Etliche Kaufleute gründeten eine Gesellschaft und legten ihr Geld zusammen, um Handelsreisen zu finanzieren und Gewürze und Güter zurückzubringen. Den Profit vom Verkauf dieser Güter teilten sie sich. Vom Handel zu profitieren wurde immer wichtiger und gehörte inzwischen zum europäischen Weltbild. Italienische Kaufleute schrieben oft oben auf ihr Kontobuch im Namen Gottes und des Profits. Manche Länder aus Westeuropa, Portugal, Spanien, Frankreich und England, waren zu weit weg vom Osten, um direkt mit den Produzenten der exotischen Güter zu verhandeln. Stattdessen mussten sie mit italienischen und muslimischen Kaufleuten verhandeln, die die Kontrolle über den Handel im Mittelmeerraum besaßen. Da der Profit immer mehr in den Vordergrund rückte, wollten die Kaufleute nicht mehr mit diesen Mittelsmännern verhandeln. Sie wollten direkt mit den Produzenten verhandeln. Als sich Portugal, Spanien, Frankreich und England zu zentralistischeren Staaten entwickelten, wuchs die Macht ihrer Monarchen. Monarchen und reiche Kaufleute bezahlten für Forschungsreisen, um neue Handelsrouten in den Osten zu finden. Mit der Eroberung konstant in Opels durch die Türken im Jahr 1453 kamen auch die Verbindungsstraßen zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer unter ihre Kontrolle. Händler aus Venedig und Genua dürften diese Straßen jetzt nicht mehr benutzen. Der Güterverkehr aus Asien kam fast zum Stillstand. Daraufhin wurde die Suche nach neuen direkten Seewegen nach Indien und China für die europäischen Länder immer wichtiger. Riva degli Schiavoni, Venedig, Marktplatz für Gondoliere, Leandro da Ponte Bassano Geografie Viele Menschen glaubten noch immer, dass die Erde rund und flach sei, wie ein kreisförmiger Teller, genau wie es der griechische Philosoph Aristoteles vor ein paar hundert Jahren unterrichtet hatte. Andere glaubten den Lehren des Ptolemois, einem ägyptischen Geograf, dem zufolge die Erde kugel- oder ballförmig sei und von einem einzigen Ozean umgeben wird. Seeleute und auch andere waren der Meinung, dass Schiffe, die nach Westen segeln, eventuell die Ostküste Asiens erreichen würden. Ptolemois hatte sich mit dem Umfang der Erde verrechnet, dadurch unterschätzten die europäischen Forscher die nötige Zeit, um in Asien anzukommen. Die Kenntnisse der islamischen und später auch der europäischen Wissenschaftler, wie Kopernikus, schienen die Kugelform der Erde zu bestätigen. Dies gab den Seeleuten genug Vertrauen, um über den unbekannten Ozean westwärts zu segeln und dabei nicht über den Rand der Erde zu fallen. Wie viel die westeuropäischen Forscher über die Wikinger wussten, ist nicht bekannt. Sir Francis Bacon war ein englischer Philosoph, der sich für wissenschaftliches Experimentieren, Beobachtung und kritisches Denken einsetzte. Schon auf den frühesten Karten, den alten babylonischen Tontafeln aus dem 6. Jahrhundert AD und den griechischen Karten aus dem 3. Jahrhundert, wird die Erde als eine kleine Landfläche dargestellt, die von Wasser umgeben ist. Der Humanismus brachte eine neue Denkweise mit sich, die den Einzelnen dazu anspornte, Ideen nachzugehen und Fragen zu stellen. Sie weckte das Interesse an der Geografie und eine Bereitschaft, die bisherigen Tatsachen zu bezweifeln. Die Reiseschriftsteller des 16. Jahrhundert weckten zudem das Interesse an Handel und Forschung. Sie waren der Meinung, man solle die Welt, so viel wie möglich, entdecken und beobachten. Es bestand das Verlangen, mehr über die Welt zu lernen und alles zu erforschen, was sie zu bieten hatte. Während der Renaissance wuchs das Interesse an der Schifffahrt, da italienische Händler und später andere im Mittelmeer und im Schwarzen Meer segelten. Durch diese Reisen wurden die Händler, die Kaufleute und die Stadtstaaten, in denen sie lebten, sehr reich. Um den Wettbewerb zu bestreiten, brauchten die Seeleute und die Schiffe bessere Technologien und Kenntnisse als ihre Konkurrenten. Technische Fortschritte in der Kartografie, in der Schifffahrt und im Schiffsbau, bedeuteten, dass die Schiffe jetzt weiterfahren konnten. Die Karacke und die Karavelle waren zwei neue Schiffe, bei denen arabische Technologie und europäische Konstruktion erfolgreich kombiniert wurden. Kenntnisse über Navigationsgeräte verbesserten sich auch. Obwohl der Kompass schon im 12. Jahrhundert von China nach Europa gebracht wurde, kam er nur auf Landreisen und nicht auf Seereisen zum Einsatz. Während des 15. Jahrhundert begannen europäische Seeleute das Astrolabium zu benutzen, ein Instrument von islamischen Erfindern entwickelt, das ein Segeln in der Nacht mithilfe der Sterne möglich machte. Bislang hatten die Seeleute nur die Sonne und Landmarken zum Orientieren benutzt, weshalb sie weder in der Nacht noch zu weit weg vom Land segeln konnten. Das Astrolabium machte längere Reisen möglich und führte somit zur Entdeckung und Erforschung der neuen Welt. Seit der Erfindung der Druckerpresse konnten Karten und Navigationstabellen besser und schneller verbreitet werden. Dadurch konnten nautische Kenntnisse und Diagramme leicht in ganz Europa genutzt werden. Die Kartografie, die Wissenschaft des Kartenherstellens Umsegeln, um die ganze Erde segeln Die Karacke war das Lasttier des Forschungs-Zeitalters. Magellahns Flotte, mit der er 1519 die Welt umsegelte, bestand ausschließlich aus Karacken. Obwohl es, nach heutigen Begriffen, auf den Schiffen eng und gedrängt zuging, war doch genug Platz für eine große Mannschaft samt Proviant und Fracht. Wusstest du, dass die West Edmonton Mall in Edmonton eine Kopie der Santa Maria, einer weltberühmten Karacke, in Originalgröße besitzt? Das Flaggschiff von Christoph Kolumbus, die Santa Maria, war auch eine Karacke. Seine anderen zwei Schiffe, Pinter und Nina, waren Karavellen, die den Wind, egal aus welcher Richtung er kam, besser nutzen konnten. Die schmalen Karavellen konnten leichter segeln als die massiven Karacken, aber sie konnten nicht so viele Vorräte transportieren, was für die Seeleute nicht so gut war. Einfluss Heinrich der Seefahrer Heinrich der Seefahrer, 1394 bis 1460, war ein portugiesischer Prinz, der 1419 in Portugal eine Schule für Schifffahrt gegründet hatte. Unter seiner Leitung verbesserten Gelehrte aus ganz Europa und dem Nahen Osten ihre Segeltechnik, ihre Instrumente, Segelentwürfe und Kartografie, einschließlich dem Verständnis von Breitengraden. Neue Navigationsgeräte wurden entwickelt ZB, der Quadrant, mit dem man die Position eines Schiffes bei Tag bestimmen konnte. Mathematische Tabellen wurden entworfen, um die Breitengrade zu bestimmen. In dieser Schule wurde auch die Karavelle entwickelt, ein Schiff, das viel seetüchtiger war, als die früheren Modelle. Heinrich hat uns viele Praktiken überliefert, die auch heute von Forschern benutzt werden. Er war der Erste, der von seinen Kapitänen verlangte, ein Bordbuch oder ein Tagebuch zu führen. Er glaubte, man solle die Informationen, die man bei einer Expedition gesammelt hat, bei der nächsten Expedition benutzen. Sie Kapitäne und Reisende machen das auch heute noch. Er forderte seine Kapitäne auf, Menschen, die die Sprache des erforschten Gebietes kannten, einzuziehen. Auf diese Weise wurden die einheimischen Dolmetscher und waren behilflich im Umgang mit dem kolonisierten Volk. Die Dolmetscher lieferten zudem auch Informationen über ihr Land, seine Produkte und Bodenschätze. Heinrich der Seefahrer, Ausschnitt aus Polypytych von St. Vincent, 1465 Heinrich hat selbst keine Forschungsreisen unternommen, er hat sie jedoch entlang der afrikanischen Küste unterstützt. Einziehen, jemanden zwingend teilzunehmen Reflektiere und beantworte Erster, das Verlangen nach Reichtum war der Hauptgrund für das Zeitalter der Erforschung. Welche anderen Gründe hatten die Europäer noch? Zweiter A Wie hat Heinrich der Seefahrer Ideen und Kenntnisse unter den Nationen verbreitet? B Wie haben seine Ideen und seine Arbeit das Zeitalter der Erforschung beeinflusst? Dritter besprecht folgendes Thema am Runden Tisch Die Bedeutung des Handels und des Profits wurden ein Teil des Weltbildes der Renaissance. Was für Beweise gibt es, dass sie auch ein Teil des heutigen westlichen Weltbildes sind? Vierter Obwohl die Gründe hauptsächlich wirtschaftlicher Art waren, gab es im 16. und 17. Jahrhundert ein Verlangen, unbekannte Welten zu erforschen. Dies führte zu wissenschaftlichen und technischen Fortschritten, die es den Forschern ermöglichten, weit über die Grenzen ihres Heimatlandes zu reisen. Der Geist und die Furchtlosigkeit dieser berühmten Forscher haben Frauen und Männer von heute angeregt, neue Welten zu erforschen. Das Reisen an den Rand des Weltalls hat zu manchen Erfindungen geführt, der PC, die Mikrowelle, neue Stoffe und das Internet. Wie hat dieses Bedürfnis zu erforschen deinen Alltag beeinflusst? Zähle positive und negative Einflüsse auf. Wie hat das Zeitalter der Erforschung angefangen? Da Portugal, Frankreich, Spanien und England als vereinigte Länder immer mächtiger wurden, führten viele Faktoren dazu, dass sie auch zu führenden Nationen im Zeitalter der Erforschung wurden. Jedes von ihnen grenzte an den Atlantik, dadurch waren sie in der besten Lage, die unbekannte Welt im Westen zu erforschen. Die Monarchen dieser Länder finanzierten Forschungsreisen über das Meer, in der Hoffnung, unabhängige Verbindungen zum fernen Osten zu etablieren. Neue Schiffskonstruktionen, Navigationsgeräte und Informationen ermöglichten den Forschern, in die neue Welt und andere ferne Länder zu segeln. Die neuen Werte, die Reisen und Erforschung begünstigten, begünstigten, erhöhten auch das Konsumdenken und das Streben nach Reichtum und führten zu einem Wettstreit um neue Handelsrouten. Besonders Portugal und Spanien suchten eifrig nach neuen Handelsrouten in den Osten. Ihre Bereitschaft, große Expeditionen zu finanzieren, veranlasste die reichen Kaufleute dasselbe zu tun. Die Tatsache, dass Portugal und Spanien immer reicher wurden, spornte auch England und Frankreich an, am Wettlauf in die neue Welt teilzunehmen. Portugal Auf der Suche nach neuen Seerouten wandten sich portugiesische Seeleute im frühen 15.JH nach Süden und umsegelten Afrika, um nach Indien und China zu gelangen. Sie waren so erfolgreich, dass Lissabon zum neuen Handelszentrum Europas wurde. Das Konsumdenken, das Sammeln von materiellen Gütern oder Produkten Astrolabium für die Navigation Dieses vereinfachte Astrolabium wurde im 15.JH in Portugal weiterentwickelt und ermöglichte den Schiffen, überall hinzusegeln, bei Tag oder bei Nacht. Makao liegt südöstlich von China und erstreckt sich über zwei Inseln und eine schmale Halbinsel. Es befand sich 442 Jahre unter portugiesischer Kontrolle, ehe es 1999 an China überging. Ich frage mich, warum gab Portugal die Kontrolle über Makao an China zurück? Das europäische Zeitalter der Entdeckung begann mit portugiesischen und spanischen Forschern. Bartolomeus Dias segelte 1487 entlang der Küste Afrikas bis zum Kap der Guten Hoffnung. Er war der erste Europäer, der die Südspitze des Kontinents erreichte. Ungefähr zehn Jahre später gelang es einem anderen Portugiesen, Dagama, auf seinem Weg nach Indien, zum ersten Mal den Indischen Ozean zu durchqueren. Als er nach Portugal zurückkam waren seine Schiffe voll beladen mit Schmuck und Gewürzen. Von da an gab es auch eine Sirute zu den Reichtümern des Ostens. Portugal nahm die befestigten Stützpunkte der Araber ein und errichtete etliche Handelsstationen von der Küste Afrikas bis nach Indien. Die Portugiesen breiteten sich allmählich bis nach China aus und gründeten die berühmte Hafenstadt Makao. Spanien Spanien war auf den Reichtum und die Macht Portugals eifersüchtig und beschloss, seine eigenen Expeditionen in den fernen Osten zu schicken. Der Papst hatte Portugal schon die Küsten Afrikas und Indiens zugesprochen, also beschloss Spanien, über den Atlantik nach Westen zu segeln, um auf diese Weise direkte Routen nach China und Indien zu finden. Was Spanien und das restliche Europa allerdings nicht wussten, war, dass zwischen ihnen und dem fernen Osten noch zwei Kontinente, Nord- und Südamerika, lagen. Da die römisch-katholische Kirche das Christentum verbreiten wollte, war sie an der Erforschung neuer Gebiete sehr interessiert. 1493 teilte der Papst die Welt außerhalb Europas zwischen Portugal und Spanien auf. Spanien und Portugal waren damit jedoch nicht einverstanden und setzten eine andere Aufteilung durch. Die Kirche verkündigte später, dass der römisch-katholische Glaube der einzige erlaubte Glaube in den neuen Gebieten war. Christoph Kolumbus, Spanisch Christobal Colon, Italienisch Christophoro Colombo, geboren in Genua, ist im englischen Raum unter dem Namen Christopher Columbus bekannt. 1476 führte Kolumbus seine erste Handelsexpedition in den Atlantischen Ozean. Vor der Küste Portugals wurde sein Schiff von französischen Piraten angegriffen und verbrannt. Manche Quellen behaupten er sei zehn Kilometer zurück zur Küste geschwommen. König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien verabschieden Christoph Kolumbus vor seiner Reise nach Indien, 1492, Theodor de BRY, 1596. Kolumbus 1492 startete Kolumbus seine Reise von Spanien und sichtete nach zehn Wochen auf sie eine Insel, die er nahe an Japan vermutete. In Wahrheit handelte es sich um eine Insel in der Karibik. Zwischen 1494 und 1504 unternahm Kolumbus noch drei weitere Reisen in die Karibik, kam jedoch nie bis zum Festland von Nordamerika. Er glaubte trotzdem, er wäre bis nach Asien gesegelt. Die Entdeckungen von anderen überzeugten die Europäer aber schließlich davon, dass Kolumbus tatsächlich eine für sie bis dahin unbekannte Welt entdeckt hatte. Die Seereise des Christoph Kolumbus Zuerst bat er 1485 den portugiesischen König um finanzielle Hilfe für eine westliche Entdeckungsreise nach Asien. Seine Bitte wurde jedoch abgelehnt. Am portugiesischen Hof glaubte keiner, dass die Erde rund sei, also glaubten sie auch nicht an eine westliche Umsegelung. Danach bat er Königin Isabella und König Ferdinand, ihn zu unterstützen. Nach jahrelangem Zögern unterstützten sie 1492 endlich sein Vorhaben. Obwohl Kolumbus als der Entdecker von Amerika gilt, sind Nord- und Südamerika nach einem italienischen Kaufmann und Kartenzeichner, Amerigo Vespuzzi, benannt. 1500 ein Kamer auf einer Forschungsreise bis an die Küste Brasiliens. Martin Waldseemüller, ein Kartograf, war der erste, der Vespuzis Namen für die neuen Kontinente benutzt hat. Magellan 1519 erforschte Ferdinand Magellan die Ostküste von Südamerika. An der Spitze Südamerikas entdeckte er eine Straße, heute als die Magellan-Straße bekannt, die, wie er vermutet hatte, zu einem anderen Ozean führte. Wegen seinem ruhigen Wasser nannte er ihn den Stillen Ozean. Er segelte über den Südpazifik, bis er endlich an eine indonesische Inselgruppe kam. Hier erfuhr er, dass andere Europäer schon da gewesen waren und ihm wurde klar, dass er die Ostküste Asiens erreicht hatte. Obwohl Magellan auf den Philippinen umgebracht wurde, gelang es einem seiner fünf Schiffe, zurück nach Spanien zu segeln. Das war die erste geglückte Weltumseglung. England Zu Beginn des 16. Jahrhundert kümmerte sich England mehr um den Handel innerhalb Europas und war nicht daran interessiert, Forschungsreisen zu finanzieren. Eine der wenigen Entdeckungsreisen, die die Monarchie unterstützte, war die von Giovanni Caboto im Jahr 1497 nach Neufundland, wo er Teile Nordamerikas für England beanspruchte. Auf Englisch als John Cabot bekannt, war er der erste Forscher seit den Wikingern, vor 400 Jahren, der Nordamerika erreicht hatte. Erst im späten 16. Jahrhundert zur Zeit von Königin Elisabeth L. interessierten sich die Engländer für die Erforschung. Nachdem Spanien und Portugal durch ihren Besitz an der Neuen Welt ziemlich reich geworden waren, entschloss sich England zu expandieren und fing an, sich aktiv mit Erforschung und Eroberung zu beschäftigen. 1560 finanzierte eine Gruppe englischer Kaufleute Martin Frobischer für die Suche nach einer Nordwestpassage. Da alle anderen Seerouten nach Osten von Spanien und Portugal kontrolliert wurden, versuchte er, über die Inseln im Norden Kanadas nach Indien und China zu gelangen. Zwischen 1576 und 1578 erforschten Frobischer und John Davies, ein anderer Forscher, die Küste des Nordatlantiks. Daraufhin unterstützte Königin Elisabeth Kolonien in der Neuen Welt finanziell. Zu Beginn des 17. Jahrhundert hatte England an der Atlantikküste Nordamerikas mehr Kolonien gegründet, als irgendeine andere europäische Macht. Kanada konzentriert sich jetzt mehr auf seine nördlichen Wasserwege. Jeden Sommer schmilzt mehr Eis und es könnte sein, dass die Nordwestpassage, die Frobischer, Davies und andere gesucht hatten, für die Schiffverkehr geöffnet wird. Kanada will in seinem Gebiet die Kontrolle über den Schiffsverkehr behalten. Martin Frobischer segelt auf der Suche nach einer Nordwestpassage auf der Thamesse am Greenwich Palace vorbei. Frankreich Zu Beginn der Renaissance war Frankreich in Kriege verwickelt, zuerst gegen England und später, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhundert, gegen Italien. Nachdem sich jedoch Spanien und Portugal mit Schätzen aus Amerika bereichert hatten, wollte auch Frankreich etwas von den Reichtümern aus der Neuen Welt. Nachdem eine französische Expedition nach Florida aber von den Spaniern unterbunden wurde, entschloss sich die französische Monarchie, Expeditionen in die nördlichen und westlichen Gebiete zu finanzieren. 1534 segelte Jacques Cartier in die Neue Welt und erforschte den St. Lorenz-Strom bis nach Hochillager, dem heutigen Montreal, einer Siedlung der Haudenosaunee. So bereitete er den Weg für zukünftige französische Erforschung und Besiedlung der Neuen Welt. Reflektiere und beantworte Erster Welche Werte und Vorstellungen zeigen sich in der Tatsache, dass die Europäer es für akzeptabel hielten, die Welt und Einwohner außerhalb Europas, zwischen Spanien und Portugal aufzuteilen? Zweiter Was glaubst du, wie haben die Europäer reagiert, als sie ganze Kontinente entdeckten, von denen sie bis zu dem Zeitpunkt nichts gewusst hatten? Dritter In einer Diskussion am runden Tisch besprecht folgendes a. Inwieweit reflektiert das Raumfahrtprogramm einen Forschungsgeist? b. Gibt es Beweise dafür, dass Regierungen von heute ähnliche expansionistische Weltbilder haben, wie Westeuropa während der Renaissance? B. Wie hat das Zeitalter der Erforschung zum Imperialismus geführt? B. Griechische, Römische, Islamische und andere Reiche haben ihre Territorien immer weiter ausgebreitet, anfangs um ihr Heimatland zu beschützen, später jedoch, um mehr und mehr Länder und deren Bodenschätze unter ihre Kontrolle zu bekommen. B. Sie stellten Regierungssysteme auf und verbreiteten ihre Religion und Philosophie im ganzen Reich. B. Im Bild auf der rechten Seite sieht ihr römische Ruinen in Tipasa, Algerien, Nordafrika. B. Im Zeitalter der Entdeckung kamen die Europäer in Länder und trafen auf Gesellschaften, von denen sie noch nie etwas gehört hatten. B. Sie erkannten bald, welchen Reichtum diese Länder und Völker für sie bedeuteten und begannen, sie zu beherrschen. B. Mit der Zeit hatten manche Länder wie Spanien und Großbritannien so viele Kolonien auf der Welt gegründet, dass sie ihr eigenes Weltreich hatten. B. Es war eine natürliche Entwicklung, dass die Politik der Expansion in den Imperialismus führen würde. B. Durch die imperialistische Politik konnten diese Länder ihre Herrschaft über die neuen Territorien und deren Einwohner aufrechterhalten. B. Der Imperialismus der westeuropäischen Länder stützte sich auf das Verlangen nach mehr Reichtum und Macht. B. Ihre Auffassung war, dass die Kolonien und die Länder unter ihrer Herrschaft, für das Wohl und den Reichtum des Herrscherlandes zuständig waren. B. Jedes dieser Länder strebte nach mehr und mehr wirtschaftlicher Macht und lieferte einander einen regelrechten Konkurrenzkampf. B. Europäische Reiche am Anfang des 18. Jahrhundert B. Europäischer Imperialismus entstand aus der Renaissance und dem Zeitalter der Erforschung. B. Im 18. Jahrhundert beherrschten westeuropäische Länder die Erdkugel. B. Der Imperialismus, die Politik eines Landes oder Reiches seine Autorität politisch, wirtschaftlich oder militärisch auszubreiten. B. Imperialismus existiert als Teil der menschlichen Zivilisation schon sehr lange, aber die Historiker benutzen das Wort erst seit dem 19. Jahrhundert. B. Der Ethnozentrismus, der Glaube, dass die eigene Rasse oder Kultur besser ist als alle anderen. B. Ich frage mich, gibt es auch heute Menschen, die glauben, andere Kulturen seien minderwertig? B. Wie Europäer den Rest der Welt betrachten B. Die Berichte über europäische Entdeckungen und Kolonialisierung von Ländern sind gewöhnlich aus der europäischen Sicht geschrieben worden. B. Gegenden aus Afrika, Asien, Nord- und Südamerika nannten sie Neuland, obwohl es hier schon seit Jahrtausenden Menschen gegeben hat. B. Die imperialistischen Nationen aus Europa meinten, sie wären den Kolonien kulturell und politisch überlegen und hätten somit das Recht, sie unter ihre Kontrolle zu bringen. B. Sie glaubten auch das Recht zu haben, Völker und Bodenschätze aus den entdeckten Gebieten ausbeuten zu dürfen. B. Obwohl die Ureinwohner mannigfaltige und komplexe Gesellschaften gegründet hatten, wurden sie und ihre Kulturen von den Europäern nicht als gleichwertig betrachtet. B. Innerhalb der europäischen Gesellschaft gab es strenge Richtlinien und Glaubenssysteme für das zivilisierte Volk. B. Diejenigen, die sich nicht an diese Richtlinien hielten, wurden als wild und barbarisch angesehen. B. Dieser Glaube an die Überlegenheit der eigenen Kultur beschränkt sich nicht nur auf die europäischen Länder. B. In den meisten Gesellschaften existiert in einem gewissen Maß der Ethnozentrismus die Überzeugung, dass ihre Vorstellungen, Werte und Lebensart besser sind als die anderer Gesellschaften. B. Manche behaupten, dies sei ein grundsätzlicher Bestandteil unseres menschlichen Wesens. B. Die Azteken und Inkas aus Amerika, deren Gesellschaften hochentwickelt und fortgeschritten waren und deren Städte größer waren als viele aus Europa, wurden trotzdem wie Minderwertige behandelt. B. Die chinesischen und indischen Zivilisationen, viele tausend Jahre älter als alle europäischen Zivilisationen, wurden als barbarisch angesehen. B. Bildteppich, Vasco da Gamma in Kalkutta, 20. Mai 1498 B. Herkömmliche Regierungs-, sowie Gesellschaftsstrukturen wurden abgeschafft und ein europäisches System eingeführt. B. Oft wurde der Kolonie die europäische Kultur aufgezwungen. B. Vielerorts wurde die einheimische Bevölkerung enteignet und vertrieben oder sie mussten für die Kolonisten arbeiten. B. In vielen Kolonien zwangen die europäischen Kolonisten die Einheimischen zur Sklavenarbeit auf Farmen, bei Bauarbeiten oder. B. Im Bergbau, mehr Arbeitskräfte wurden gebraucht, nachdem viele Einheimische gestorben waren, also brachten die Europäer jetzt Afrikaner in die neue Welt. B. Antike afrikanische Zivilisationen wurden durch den Sklavenhandel fast ausgelöscht. B. Christen waren der Meinung, dass das Christentum die einzig wahre Religion sei und es ihre Aufgabe ist, sie auf der ganzen Welt zu verbreiten und die Andersglöbigen zu bekehren. B. Timokuan Indianer Sklaven in Florida auf der Suche nach Gold B. Die Ureinwohner waren die ersten Sklaven der Europäer in der neuen Welt. B. Reflektiere und beantworte B. Erster Welche Vorstellungen aus dem westeuropäischen Weltbild waren die Ursache für den weltweiten europäischen Imperialismus? B. Es wird gesagt, dass die europäischen Länder unter dem Motto für Gott, Gloria und Gold auf Forschung und Imperialismus betrieben haben. B. Erkläre, warum dieses Motto angebracht war. B. Der Gesetzentwurf der Vereinten Nationen über die Rechte der einheimischen Völker besagt folgendes. B. Einheimische Völker haben das Recht auf Selbstverwaltung. B. Dadurch können sie frei über ihren politischen Status und ihre wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung bestimmen. B. Wie kann man diese Aussage mit der europäischen Auffassung vergleichen, dass Imperialismus akzeptabel war? B. Inwieweit kann man erkennen, dass sich manche Weltbilder von damals bis heute verändert haben? B. Kompetenzbereich B. Schlage im Kompetenzbereich nach für weitere Informationen zum Lesen und Erstellen von Landkarten B. Wie hat der Warenaustausch die Welt verändert? B. Europäische Forschung, Entdeckung und Kolonisierung führte zu einer Neuverteilung der Pflanzen und Tiere auf der Welt. B. Für die Bevölkerung und die Ökosysteme aus Europa, Asien, Afrika und der Neuen Welt hatten sie nützliche und auch zerstörerische Folgen. B. Der Austausch von Lebensmitteln, Metallen, Pflanzen, Tieren und Krankheiten hat die Wirtschaft beeinflusst und die Lebensart der Menschen auf der ganzen Welt verändert. B. Europäer haben Amerika mit der Einfuhr von Metallen, dem Rad, Arbeitstieren, wie ZB dem Ochsen und dem Pferd, sowie Gewehren und Kriegstechnik verändert. B. Die Produkte aus Amerika hatten einen starken Einfluss auf Kulturen aus der ganzen Welt. Gummi, Kanus, Schneeschuhe, Schlitten, Kaugummi, Farbstoffe, Holz und pharmazeutische Pflanzen. B. Viele Anbauprodukte und Tiere, die heute in Nordamerika vorkommen, stammen eigentlich aus Europa, Asien oder Afrika. B. Mais, Kartoffeln, Tomaten, Bohnen und andere Früchte aus der Neuen Welt haben die Lebensart der Europäer verändert. B. Zuckerrohr, Kaffee und Tee aus Asien B. Mais, Kartoffeln, Tomaten, Bohnen, Paprika, Erdnüsse, Ananas, Schokolade, Kürbis, Vanille, Avocado, Tabak und Truthahn aus Amerika. B. Zitrusfrüchte, Birnen, Äpfel, Pfirsiche, Bananen, Weizen, Gerste und Hafer aus Asien und Europarinder, Pferde, Schweine, Schafe und Hühner aus Europa. B. Oliven und Weintrauben aus dem Mittelmeerraum B. Die eingeführten Krankheiten hatten womöglich die größte Auswirkung auf die einheimischen Gesellschaften aus Amerika. B. Europäische Krankheiten hatten für die hiesige Bevölkerung verheerende Folgen. B. Vor dem Kontakt mit den Europäern hatte die einheimische Bevölkerung von der Arktis bis zur Spitze Südamerikas keine Immunität gegen die eingeschleppten Krankheiten. B. Pocken, Masern und Tuberkulose waren besonders destruktiv. B. Zwischen 75% und 90R einheimischen Bevölkerung ist an den Folgen dieser Krankheiten gestorben. B. Dazu gehören viele politische und geistliche Führer sowie Älteste. B. Somit gingen viele Familien kaputt und viele Traditionen verloren. B. Ihre geschwächten Gesellschaften konnten sich nicht mehr gegen die europäischen Imperialisten wehren. B. Es wird vermutet, dass die Gartenbohne vor mehr als 7000 Jahren in Südmexiko und Mittelamerika verbreitet war. B. Sie wurde in Wohnruinen aus der Steinzeit gefunden. B. Heute liefern Bohnen und andere Hülsenfrüchte wichtige Eiweißstoffe für die Ernährung der Menschen auf der ganzen Welt. B. Mais wurde vor 9000 Jahren zum ersten Mal als Nutzpflanze in Mesoamerika gezüchtet. B. Er verbreitete sich über die amerikanischen Kontinente und wurde für viele Ureinwohner ein Grundnahrungsmittel. B. Europäische Forscher verbreiteten den Mais auf der ganzen Welt. B. Heute ist Mais für die Menschen aus Mittelamerika ein wichtiger Teil ihrer Ernährung, sie essen ihn in Tortillas, Tamales und vielen anderen Gerichten. B. Mesoamerika, ein Gebiet das sich von Mexiko bis Nicaragua erstreckt, bezieht sich auf die antiken Zivilisationen und Kulturen aus dem Gebiet. B. Europäer haben erstmals die Mannschaftssportarten der Ureinwohner gesehen. B. Die Azteken haben mit einem Ball und mit Reifen gespielt und die Nordamerikaner haben Lackrosse gespielt. B. Reflektiere und beantworte B. Was glaubst du, wie hat sich die europäische Gesellschaft mit der Einfuhr neuer Pflanzen aus Amerika verändert? B. Spanische Eroberer haben Pferde auf ihren Schiffen in die neue Welt gebracht. B. Pferde haben die Kultur der First Nations revolutioniert. B. Wie hat der Imperialismus das europäische Weltbild verändert? B. Ideen und Kenntnisse B. Die Erforschung neuer Gebiete und neuer Völker hat die geografischen und geschichtlichen Kenntnisse der Europäer verwandelt. B. Sie erkannten, dass es auf der Welt viele andere Menschen mit verschiedenen Kulturen und Geschichten gab. B. Obwohl die Europäer durch ihr Weltbild ihre Lebensart für überlegen hielten, gab es doch europäische Gelehrte und Führer, die von der Lebensart der einheimischen Völker aus Nordamerika beeindruckt waren. B. Ihre persönliche Freiheit B. Ihre Vorstellung von Führung und Regieren durch Konsens B. Ihr Verständnis von Privateigentum und wie wenig Wert sie darauf legten B. Die Lebensart der First Nations veranlasste einige europäische Denker dazu, die Ungleichheiten im eigenen Regierungssystem infrage zu stellen. B. Diese Ideen über die persönliche Freiheit und Führung wurden in das westliche Weltbild und nach den Revolutionen im späten 18. Jahrhundert auch in die französische und die amerikanische Verfassung aufgenommen. B. Die Händler und Kolonisten, die mit den First Nations zusammenlebten, hatten begriffen, dass diese Gesellschaften viel komplexer waren als die Philosophen, wie Montaigne es sich vorgestellt hatten. B. Für alle Aspekte des Lebens gab es Strukturen und Systeme, genau wie in den europäischen Staaten auch. B. Und genau wie alle anderen Gesellschaften waren auch sie keine Utopie. Viele europäische Bürger sahen in der neuen Welt eine Möglichkeit für ein selbstständiges Leben und dem Entkommen aus den Zwängen der europäischen Gesellschaft. Um der religiösen Verfolgung in ihrem Heimatland zu entkommen, akzeptierten viele das Angebot der Kolonien für kostenfreie Grundstücke. Manche Siedler schlossen sich zu einer Glaubensgemeinschaft zusammen, andere wiederum lebten in Gemeinschaften, in denen jeder in die Kirche seiner Wahl gehen konnte. Diese Glaubensfreiheit wurde schließlich in der kanadischen und amerikanischen Verfassung verankert. Die Bedeutung der Glaubensfreiheit ist ein wichtiger Teil des westlichen Weltbilds von heute. Montaigne hat die Lebensart der Ureinwohner mit der europäischen Gesellschaft verglichen. Er dachte, die einheimischen Völker wären rein und unschuldig, weil sie der europäischen Art und Weise noch nicht ausgesetzt waren. Er schrieb. So viel ich weiß, ist diese Nation weder barbarisch noch wild, es sei denn, wir nennen alles, was uns fremd vorkommt, barbarisch. Die Meinungen und Sitten unseres Landes scheinen tatsächlich der einzige Maßstab für die Wahrheit zu sein. In ihnen findet man noch die natürlichen Tugenden und Fähigkeiten, sie befolgen noch die Gesetzte der Natur, nur leicht beschädigt von unseren. Sie befinden sich in so einem reinen Zustand, dass ich manchmal traurig bin, dass wir sie nicht früher entdeckt haben, als es Menschen gab, die sie besser beurteilt hätten, als wir. Die Wirtschaft vieler europäischer Länder wurde durch den Reichtum aus den Kolonien durcheinander gebracht. Bevor sie Kolonien hatten, gab es in Europa eine ständige aber beschränkte Zufuhr von Gold und Silber. Nach der Eroberung von Gebieten, insbesondere die der Azteken und Inkas, kamen riesige Mengen Gold und Silber nach Spanien, welche Spanien benutzte, um sich Güter aus dem restlichen Europa zu kaufen. Immer mehr Gold und Silber senkte die Kaufkraft in Europa. Je mehr Geld, Gold und Silber, im Umlauf war, desto weniger war es wert. Die Folge war eine Inflation in Europa, man brauchte jetzt mehr Geld, um die alltäglichen Güter zu kaufen. Der Preis für diese Güter stieg für alle Europäer, nicht nur für die Spanier. Am härtesten traf es die einfachen Menschen, die keine Reichtümer aus den Kolonien bekamen. Nachdem Spanien und Portugal so viel Gold und Silber aus Mittel- und Südamerika zurückgebracht hatten, brauchten sie sich nicht mehr um Industrie und Handwerk zu kümmern, denn sie kauften alles, was sie brauchten aus anderen Ländern. England, Deutschland und die Niederlande entwickelten ihre Produktionsanlagen und stellten Güter her, nicht nur für ihr eigenes Land und ihre Kolonien, sondern auch für Spanien und Portugal. Diese Industrieentwicklung in den nördlichen Ländern setzte einen Prozess in Gang, der bis zum Ende des 17. JH zu einem Machtwechsel führte und diese Länder finanziell mächtiger als Spanien und Portugal machte. Gold und Silber wurden mit Schiffen aus Amerika zurück nach Spanien und Portugal gebracht. Manche Schätze gelangten in die Hände der Piraten, die auf schnelleren und beweglicheren Schiffen segelten. Elisabeth L. von England schickte Sir Francis Drake, im Bild, einen der erfolgreichsten Freibörter oder Piraten, in die Karibik, um spanische Schiffe zu plündern und zu zerstören. Die Inflation, ein Preisanstieg und eine verringerte Kaufkraft des Geldes. Cerro Rico, ein Berg in Potosi, Bolivien war so reich an Silber, dass er dreimal mehr Silber produzieren konnte als in Portugal bereits im Umlauf war. Erster A. Welches Weltbild und welche Auffassungen stellt Montaigne in seiner Beschreibung der First Nations dar? B. Wie denkst du, was haben die Menschen der First Nations über seine Beschreibung gedacht? B. Zweiter besprecht in Gruppen die Veränderungen, die sich in den amerikanischen und europäischen Gesellschaften aus dem europäischen Imperialismus entwickelt haben. B. Ich frage mich, welche anderen Werte und Vorstellungen gibt es noch im westlichen Weltbild von heute? B. Ich frage mich, wie reflektieren sich die Werte und Vorstellungen der Renaissance im heutigen Kanada? B. Ich frage mich, gibt es nur ein einziges kanadisches Weltbild? B. Fokus auf Forschung B. Wie können Gedanken und Gefühle eine Forschungsarbeit beeinflussen? B. In dieser Fallstudie hast du gelernt, wie jeder Austausch von Ideen und Kenntnissen das westliche Weltbild der Renaissance geprägt hat. B. Was heute das westliche Weltbild ausmacht, sind die Werte und Vorstellungen der Europäer, der Nachkommen europäischer Siedler in Amerika, Australien und Neuseeland und derer, die diese Denkweise adoptiert haben. B. Es ist aus dem Weltbild der Renaissance entstanden und enthält viele seiner Grundwerte. B. Wie die meisten Weltbilder, ändert sich auch das westliche Weltbild aufgrund von B. Geografie, Ideen und Kenntnissen, Kontakt zu anderen Gruppen B. Während du in dieser Fallstudie über Menschen, Orte und Ideen gelernt hast, sind dir bestimmt auch andere wichtige Sachen durch den Kopf gegangen. B. Zum Beispiel könnten die Fragen aus der Rubrik Ich frage mich von anderen Schülern stammen. B. Wenn du solche Fragen stellst, beteiligst du dich an Forschung. B. Außerdem hast du gelernt und geübt, wie B. Man ein Forschungsmodell benutzt, um ein Projekt zu planen und wichtige Fragen zu stellen. B. Wie man Schlüsselwörter findet, die bei der Suche nach Informationen aus gedruckten oder Onlinequellen wichtig sind. B. Wie man im Internet nach geeigneten Seiten, ZB-Museen und Kunstgalerien sucht. B. A. T. Wann mal auch! B. B. Wann schreiten uns alle órden und die Dinge auf dem whatever Publikum zu tun. Wann ist das so gut. Wann ist das so gut? In der Szene sollte mittlerweile mit ihr jemanden gibt, mit dem wir, der Hügel tatsächlich ein Job? B. und der ZB-Museen und die Wann her Aunt nehmen. Kapitel Ende Schlussfolgerung Im 16. Jahrhundert hatten sich die Ideen der Renaissance in ganz Europa und in die europäischen Kolonien verbreitet. Diese Ideen führten bei den Menschen aus Westeuropa zu einem Wandel, sie veränderten ihre Auffassung von Religion und Vaterland. Neue Kirchen wurden gegründet. Religionsfreiheit wurde als Teil des westlichen Weltbildes geschätzt. Die Grenzen innerhalb Europas verschoben sich, weil kleine politische Einheiten sich zu Staaten zusammenschlossen. Die Menschen identifizierten sich als Bürger ihres Staates. Wirtschaftliche und politische Macht verlagerte sich von Italien, aus dem Mittelmeerraum, nach Westeuropa in Länder wie Portugal, Spanien, England und Frankreich. Die Weltbilder der neu gegründeten Staaten hatten jetzt auch expansionistische Werte. Um ihre Macht und ihren Reichtum zu vergrößern, beschäftigten sie sich mit Erforschungen. Während die Kaufmannsschicht immer größer und reicher wurde, entwickelten sich neue Auffassungen über Handel und Profit, dies wiederum spornte sie an, neue Handelsrouten in den Osten zu suchen. Das Zeitalter der Erforschung ging mit dem Aufstieg des Imperialismus Hand in Hand. Europäische Staatsregierungen beanspruchten Gebiete entlang der Küste Afrikas, im Nahen Osten, in Südasien, im fernen Osten und in der Neuen Welt. Die Westeuropäer hatten das Empfinden, ihre Kultur sei allen anderen Kulturen überlegen. Sie waren der Meinung, dass sie das Recht hatten, ihre Lebensart und ihr Weltbild allen anderen Menschen aufzuzwingen und sich deren Reichtümer anzueignen. Neue Ideen und Kenntnisse über Geografie, Religion, Staatszugehörigkeit, nationale Identität und Anbauprodukte veränderten das Leben und die Lebensauffassung der Europäer. Das Weltbild vieler Gesellschaften von heute, auch das von Kanada, entstand aus dem europäischen Weltbild am Ende der Renaissance. Diese westlichen Weltbilder enthalten folgende Werte und Vorstellungen. Die Bedeutung des Individuums Einen hohen materiellen Lebensstandard Die Bedeutung von Bildung Demokratische Regierungen Gesetze, die die Rechte und Freiheiten der Bürger schützen Wiederhole und fasse zusammen Erster erstelle eine Liste mit den neuen Ideen, Kenntnissen und Entdeckungen aus der Renaissance. In einer Diskussion am runden Tisch müsst ihr euch über die wichtigsten einigen. Welche Kriterien wollt ihr dabei anwenden? Stellt ein Poster oder ein Display zusammen und hängt es in die und emp, quad, Hall of Fame und emp, quad, der Renaissance. Zweiter Die Erforschung während der Renaissance hatte sowohl positive als auch negative Folgen. Schreibe ein Drehbuch für zwei Personen, die miteinander diskutieren, ob ein Monarch eine Reise in neue Gebiete unterstützen soll. Zeigt die Vor- und Nachteile Mit einem Partner stellt ihr die Diskussion eurer Klasse vor. Dritter Denk über die Untersuchung des Weltbildes nach Erkläre am runden Tisch, was du über das westliche Weltbild gelernt hast. Du kannst dich vorbereiten, indem du eine Zusammenfassung über das westliche Weltbild schreibst, besonders die Werte und Vorstellungen aus der Renaissance. Organisiere deine Ideen und Tatsachen in einer grafischen Darstellung. Unterstreiche die Werte und Vorstellungen, die heute noch in unserem westlichen Weltbild vorkommen. Nach Forschung Vierter Erstelle einen Forschungsplan, um die Folgen der Druckerpresse auf das westliche Weltbild der Renaissance mit den Folgen des Internets auf das heutige westliche Weltbild zu vergleichen. Inwieweit waren die Folgen der Druckerpresse denen des Internets ähnlich? Inwieweit waren sie verschieden? Du musst den Forschungsplan nicht ausführen, du sollst zeigen, dass du weißt, wie es gemacht wird und wie man über die Arbeit reflektiert. Zeige, was du weißt Fünfter erkläre anhand eines Posters den Begriff Imperialismus. Nenne Beispiele aus der Renaissance und aus anderen Epochen. Benutze Wörter, Bilder, Farben, Strukturen oder andere künstlerische Ausdrucksformen. Benutze Definitionen, Beispiele, Geschichten und so weiter, um die Idee des Imperialismus zu vermitteln. Sechster erkläre, wie religiöse Reform das westliche Weltbild in Europa verändert hat. Fang an, indem du allgemein beschreibst, was passiert ist und wie es das westliche Weltbild beeinflusst hat. Wähle danach einen Aspekt aus und beschreibe ihn detailliert. Siebter wähle einen entscheidenden Wert oder eine zentrale Vorstellung aus dem westlichen Weltbild von heute. Erkläre, wie diese Idee ihren Ursprung in der Renaissance hat und wie sie das Leben der Menschen damals beeinflusst hat. Wie beeinflusst sie das Leben der Menschen heute? Abschluss Achtenteile Ihr sollt in eurer Klasse ein Display mit dem Titel Einflüsse auf die Renaissance herstellen. Fügt Poster, Berichte oder Karten hinzu, über Ideen, Kenntnisse oder Entdeckungen. Schreibt auf, wer, was, wann und wo und welche Einflüsse diese Person oder diese Kenntnis auf die Renaissance hatte. Neunter diskutiere, findet in Gesprächen am Rundentisch ein Beispiel über Imperialismus heute in den Medien. Er stellt eine Liste mit Details, die beweisen, dass dies tatsächlich Imperialismus ist. Zehnter reflektiere, verweile ein paar Minuten in Selbstbetrachtung. Fallstudie 1 Schlussfolgerung Wer bist du? Ein E-Kanadier in Denk darüber nach, was du in Fallstudie 1 gelernt hast, das dein tägliches Leben beeinflussen kann. In dieser Fallstudie hast du erfahren, dass das westliche Weltbild aus dem Zeitgeist der europäischen Renaissance entstanden ist. Kanadier mit europäischen Wurzeln haben dieses westliche Weltbild von ihren Vorfahren geerbt, die aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien und anderen westeuropäischen Ländern stammen. Vieles von unserer kanadischen Lebensweise, das soziale, wirtschaftliche und politische System, sowie die Kultur, beruht auf diesem westlichen Weltbild. In Kanada gibt es viele Menschengruppen nicht-europäischen Ursprungs, deren Vorfahren ein anderes Weltbild hatten. Es gibt viele unterschiedliche First Nations, Metis und Inuit-Gruppen. Es gibt viele Menschen aus anderen Ländern. Außerdem haben viele Kanadier Vorfahren aus mehr als einem Land und einer Kultur. Kanadier sind stolz auf ihr multikulturelles Land, das Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Werten, Vorstellungen und Weltbildern einschließt. Bedenke die Vielfalt der Menschen in Kanada und was es für dich bedeutet. Du wirst in deinem Leben vielen Menschen begegnen, die eine andere Herkunft und ein anderes Weltbild haben. Sei aufgeschlossen für die Unterschiede und respektiere ihre Werte und Vorstellungen. Versuche mehr über die Kulturen und Weltbilder anderer Menschengruppen zu lernen. Nur wenn du verstehst, was ihnen wichtig ist und woran sie glauben, kannst du dich ihren Bedürfnissen, Ideen und Ansichten gegenüber rücksichtsvoll verhalten. Dies ist eine typische Gruppe kanadischer Jugendlicher mit unterschiedlicher Herkunft und wahrscheinlich auch unterschiedlichen Weltbildern. Ladet Gastredner in eure Klasse ein, die die Vielfalt der Gruppen in Kanada repräsentieren. Sucht nach guten Fragen, die ihr stellen könnt, um ihre Vorstellungen, Werte und Weltbilder besser zu verstehen. Hört ihnen gut zu und versucht aufgeschlossen für ihre Perspektiven zu bleiben. Macht einen Ausflug zu einer Kirche, Moschee, Synagoge oder zu einem anderen Ort, wo Menschen einen Gottesdienst feiern. Denkt darüber nach, wie Religion die Werte und Vorstellungen einer Gruppe reflektiert. Ladet Älteste in eure Klasse ein. Von ihnen könnt ihr mehr über die Vielfalt der Kulturen der Ureinwohner aus Kanada erfahren. Veranstaltet eine Diskussion am runden Tisch, wobei jeder von euch etwas über seine Herkunft und seine Kultur erzählt. Das hilft den anderen zu verstehen, was er oder sie schätzt und glaubt. Zweiter denkt über Vielfalt nach, indem ihr mit anderen über ein Thema redet. Diskutiert anhand der Methode Denken besprechen teilen. Gibt es gemeinsame Werte und Vorstellungen, die bei allen Menschen zu finden sind, auch wenn ihre Weltbilder unterschiedlich sind? Inwieweit bereichert die Vielfalt in Kanada unser Leben? Wie passen sich neue Kanadier an das Leben in Kanada an? Haben sie das Bedürfnis, einige ihrer Werte und Vorstellungen zu ändern, um hineinzupassen? Dritter denk über dein Weltbild nach Erweitere dein Weltbild Vielleicht hat sich dein Denken seit Beginn des Kapitels geändert. Ergänze es und verändere es, um zu zeigen, was du jetzt über dein Weltbild weißt. Was bedeutet es, Kanadier zu sein? Schreib es in dein Heft oder Tagebuch auf. Was Mommy hodet matter. Schreib es in dein Heft oder Tagebuch auf. Ich bin least auf parts, es sindzionee, glaube ich, bei allen Snapdragon 113-936. Richard, Capitels sind President 2020 und am año 2017 am Ende des Kapitels Thousands. Der Mal überh Aa 4015-1519 Apple ist meineydia-Left im Phatская. Zuk wusste ich das mal wieder. Ich erzähle deine Eltern, oder przypad about meine workload 안 Qualität,